und willkommen zurück bei star wars weiter geht's mit level 2 ein kapitel 2 der kanzler in gefahr und wir müssen jetzt rennen das ist so ein waschlappen indirekt warum wenn sie später sehen hoch über dem planeten kurs an liefern sich die separatisten eine heftige raumschlacht mit den tropen der republik auf dem flagschiff der separatisten halten kaun doku und general grifus kanzler palpatine gefangen nach ihrer landung im haupthangar des schiffs stehen obi-wan kenobi und enden kann skywalker einer übermacht feindlicher druiden gegenüber werden sie es schaffen wir schaffen es ja ihr merkt das ist immer noch ende können diesmal ist der wein jedi und hat noch und zwar die schwarze hier die geil aus ist immer noch der selbe sag mal die hand geschnitten bekommen hat hier ist es ziemlich schwer die dinge zu bekommen die leiste voll also braucht man schon wirklich jeden cent ja da oben ist das erste mini-kit bekommen wir nicht weil wir keinen enter haken haben da machen wir gleich und wer ist das ja das ist general grifus ein menschendroide der richtige organe aber ein robo-panzer bzw. robo-körper 1 2 1 2 2 3 4 4 5 5 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 11 11 10 11 11 11 12 13 16 16 16 Und gleich gehen wir weiter. Ist wieder dasselbe. Gleich dürften Droiden kommen. Nö. Gut, war nicht. Ich brauch noch nicht mal Droiden. Ah. Verzillig. Oh, der ist runtergefallen. Egal. Ui, das sieht cool aus. Ey, verpiss dich vom Aufzugs. Den darf ich nicht benutzen. Klar soweit. Obwohl, ich brauch den nicht. Ich spiele einfach. Ey. Ah, okay. Ich treffe mich auch wieder an unsere Kollegen. Vollkommen. Auch Rösen. Ihr seid doch blöde. Okay, stack. Double. Yay. Hehe. Den können wir auch nicht benutzen. Brauchen wir aber, glaub ich, auch nicht. Zack. Zack. Guten Tag. Tschüss. Und hier sind noch ein paar mehr. Ne, hier sind Ruide. Hau ab. Ernst. Hier kriegen wir Geld. Geld, Geld, Geld. Geiles Geld. Geld, Geld, Geld. Herr damit. Dankeschön. 20.000. Wow. Viel. Hort machen. Lies jetzt nur so schnell voll, weil ich die Dingens an habe. Mal zwei. Den Code habe ich euch ja gesagt. In einem Part. Und der Ausgang, der Eingang hier ist egal, wo ihr reingeht. Der ist nur hier und der ist da. Worn. Das eben abchecken. Ich könnte ihm auch gerne mal ein, ähm, ein Minikit sein. Na, kommt noch mehr. No, ist ja. Fisch dich. Ey, er hat 2. Boah, die haben er 2 eingesperrt. Reich halt. Brauchen wir sowieso. Nur eins verstehe ich nicht an dem Level. Und das werden wir erst später sehen. Wenn wir Freispiel machen. Wir brauchen nämlich dafür, ähm, wenn es unser Team kann. � forn. Jetzt werden wir riesig. Wie an allem The Скорeland geben. Für真的 ist das nicht allesured. Wir müssen nicht mehr sagen. Ich füri Vel. die straße also minikett da hat mir kipp bekommen wir nicht weil hier irgendwo hier der schacht brauchen wir unseren kleinen freund den enden können wir oder einen anderen diesen rumschwäte der droide kass auf fließt er kann einen nämlich runter schmeißen wenn man an dem schild hier außen abprallt liegt man nämlich da runter auch erz wohnen da ist der hässliche kanzler ja er sieht aus wie eine oma ist es aber nicht und hier bekämen wir wieder allerdings ist das aber der feine kampf weiter die nerven wenn man übrigens glück hat ganz viel glück wenn count doko hier bei solchen bomben steht man schafft die zu zünden ist der down und zwar in einmal hat er ein einziges mal irgendwie geschafft ich weiß nicht ob da ein bug war ob das wirklich geht ich habe mir erstmal den super ding jetzt hier holen 3 5 5 10 Hier kann man übrigens auch lieber, wenn man hier springt. Kann man hier hoch. Schön Geld sammeln. Ja komm ey, wenn Obi-Wan da so scheiße steht, ne. Obst du cool ey. Wer die fordert kann ich auch. Sehst du? Ganz so schlecht, ne. Ja, in den Knallen kann ich dir aber auch. Du blöder Ruhrsohn. Piste! Hand ab! Und... Down! Jo. Mal sagen. Das war's. Schrecklich. Gondoku ist rot. To-loot. Ich würde grob sagen, das Level dauert wieder ein bisschen länger. Ah genau, hier kommen wir rein. Bin ich! Raus hier! Und hier geht's weiter und jetzt müssen wir rennen. Ich weiß nicht, was da ist, aber... Ah ja doch, da ist ein Aufzug ist das, der hier entgegenkommt. Und das sollte nicht passieren. Also, ihr sollt auf keinen Fall in die Löcher kommen und den kürzesten Weg wählen. Weil... sonst kriegt das Ding euch. Der Aufzug. So, was auch mal da ist. Das sollte nicht passieren. Weg hier, weg hier, weg hier. Scheiße. 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 Das Ding kommt näher. Viel zu nah, viel zu nah, viel zu nah. Uah. Uah. Ich weiß nicht genau, ob das ist. Für mich ist es immer ein Ofen. Warum? Tja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe keinen Bock, hier zurück zu gehen. Ich hoffe, die Barmoneten. Ich hatte diese Löcher. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt geht's weiter. Hier bekommen wir auch noch wieder Geld. Geld, Geld, Geld. Herr, nein. Scheiße. Äh. Tausender ist weg. Verdammt. Verdammt die Kacke. Jetzt haben wir Erzburg, weil hier fahren wir nämlich nicht durch mit dem Jedi. Da ist noch ein Minikit hinter. So. So. Die Tür ist auch wieder zu. Grifus mit seinen Leibwachen. Das sind übrigens auch welche, die können hochspringen. Die drei. Können alle hochspringen. Grifus haut ab, das war klar. Aber nicht mehr lange. Tut er dies. Hier einfach am besten immer wieder diese Stammattacke machen. Denn die kann man fast so nicht treffen. Weil die immer wieder abwehren. Wenn der Kopf ab ist, ist das immer ein Zeichen. Die sind halb tot. Dann ein, zwei Schläge und down. Die müssen dann rauskippen. Oh Mann. So. Oh Mann. Oh Mann. So. Oh Mann. So. und irgendwo hier hinter die hebel sollte noch nicht betätigen ansonsten habe ich das geschafft und hier noch einer ok und abflug ja nur leider keine weiche landung so wie war in den oberen drei einen skywalker jenny kanzlerfall was das ist habe ich keine ahnung ich glaube gerade ist der port dieser flugzeug da war die mos eisley ist übrigens der raumhafen in star wars episode 456 episode 4 start und jetzt wieder einkaufen gehen mit über 100.000 und zwar kommen wir jetzt von doku und griffus leibwache dass diese eierbirne war ich hasse den und das level wenn wir im nächsten part spielen seid dabei wenn es wieder heißt let's play lego star wars geht's dann